Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz Alle Welt redet plötzlich von künstlicher Intelligenz oder kurz KI. Gemeint sind Maschinen, Roboter und Software-Systeme, die komplexe Aufgaben selbstständig erledigen, ohne dass ihnen jeder einzelne Schritt vorgegeben wird. Fachleute sind sich einig, KI wird unser Leben verändern. Das Tempo der Entwicklung ist aktuell rasant. Die Anfänge der KI aber liegen Jahrzehnte zurück. Im Sommer 1956 trafen sich führende US-Computerwissenschaftler, Mathematiker und Linguisten für ein Forschungsprojekt. Ihre Vision? Selbst lernende Maschinen lösen Aufgaben, für die menschliche Intelligenz vorausgesetzt wird. Einen Begriff dafür prägten die Wissenschaftler auch. Artificial Intelligence – Künstliche Intelligenz Das erste KI-Programm konnte mathematische Theoreme beweisen. Kurze Zeit später entstand eine Programmiersprache für die Verarbeitung von symbolischen Strukturen. Die KI-Pioniere der 1960er Jahre dachten groß. Sie träumten von einer Supermaschine, einem allgemeinen Problemlöser. Sie forschten zur maschinellen Übersetzung von Sprache und entwickelten den ersten autonomen Roboter. Schelke bewegte sich ruckartig fort und erledigte einfache Aufgaben, zumindest im Labor. Mit ELISA entwickelte der deutsch-amerikanische Computerpionier Josef Weizenbaum den ersten Chatbot. ELISA simulierte die Antworten eines Psychotherapeuten im Dialog mit dem Klienten. Für manche täuschend echt. Die Ansätze waren vielversprechend, doch zeigte sich stets, die echte Welt ist weit komplexer als die spezifischen Problemstellungen der Forscher. Die anfängliche Euphorie verpuffte, Forschungsgelder wurden gestrichen. KI-Winter In den 70er Jahren diskutierten die Wissenschaftler weiter. Können KI-Systeme tatsächlich intelligent sein? Oder simulieren sie Intelligenz nur? Praktischer wurde es erst wieder Anfang der 80er Jahre. Erste Expertensysteme bündelten das Fachwissen einzelner Disziplinen, etwa bei der Schätzung von Kfz-Schäden oder bei medizinischen Diagnosen. Reisende konnten sich von Chatbots telefonisch beim Fahrkartenkauf beraten lassen. Auch in Deutschland rückte KI stärker in den Fokus. Der Grundstein für eine exzellente und anwendungsorientierte Forschung wurde gelegt. Insbesondere bei Sprachverstehen, Bildverarbeitung und Robotik machten sich deutsche Wissenschaftler einen Namen. Als Pionierleistung gilt das von Ernst Dickmanns entwickelte autonome Fahrzeug. 1995 fuhr es weitgehend selbstständig auf der Autobahn von München nach Kopenhagen. Für eine Serienentwicklung aber war die Zeit noch nicht reif. Und KI weiterhin ein Nischenthema. Dann, 1997, ging eine Nachricht um die Welt. Roboter besiegt amtierenden Weltmeister Garry Kasparov im Schach. Erstmals zeigte sich ein Expertensystem einem Menschen überlegen. Auch Industrie- und Serviceroboter wurden, trainiert mit immer mehr Daten, zunehmend autonom und anpassungsfähig. Und somit zu lernenden Systemen. Seit 2010 erleben wir einen weltweiten KI-Boom. Gründe dafür sind die über Jahrzehnte exponentiell gewachsene Rechner- und Speicherleistung sowie verbesserte Methoden. So gilt die von deutschen Forschern entwickelte LSTM-Technik heute als grundlegende Komponente für Spracherkennung. Hinzu kam, über Internet, Social Media und industriell verbaute Sensoren standen plötzlich riesige Datenmengen zur Verfügung. Diese unstrukturierten Schätze lassen sich dank verbesserter KI-Methoden und Rechenleistung in kürzester Zeit analysieren. Weltweit beachtete Anwendungen entstanden in kurzer Folge. Watson gewinnt im US-Fernsehquiz Jeopardy gegen den langjährigen Champion. Assistenten beantworten per Sprachsteuerung Fragen, erstellen Termine, rufen Kontakte an und erfüllen Wünsche im ganzen Haus. AlphaGo besiegt einen Spitzenspieler in Go, einem Brettspiel, weit komplexer als Schach. Das deutsche Start-up DeepL erreicht bei maschinellen Übersetzungen eine neue Qualitätsstufe. Und weiter? Lernende Systeme versprechen vielfältige Anwendungen und eine erhöhte Produktivität. Das kommerzielle Interesse ist groß. Zugleich gilt, einige KI-Systeme produzieren Ergebnisse, die der Mensch nicht nachvollziehen kann. Für viele Alltagsaufgaben funktionieren KI-Systeme noch nicht zuverlässig genug. Mancher fürchtet den Kollegen Roboter und andere warnen, dass sich KI unkontrollierbar entwickeln könnte. Fest steht, nicht alles, was technisch möglich ist, darf umgesetzt werden. Aber es gilt auch, die Chancen zu sehen. Künstliche Intelligenz verspricht eine präzisere medizinische Diagnostik und verbesserte Therapien für Patienten. KI überwindet Sprachbarrieren und kann in Großstädten die Verkehrssteuerung verbessern und damit Staus reduzieren, Unfälle vermeiden und die Umwelt schonen. Die Aufgabe lautet daher, KI gestalten zum Wohl der Gesellschaft. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentar! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.